Die eiserne Faust. Tekken. The King of the Iron Fist Tournament. Auf Rocket Beans TV. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum King of the Iron Fist Tournament Nr. 8. Naja, es ist nicht wirklich die Nr. 8, aber es ist Tekken 8, was wir heute spielen. Wir haben sehr, sehr viele Leute da, die sich gegenseitig gerne Knüppelsuppe geben wollen. Und wir haben auch neue Leute da, wie unter anderem. Es freut mich so sehr. Jasper. Ich freu mich auch. Danke, dass ich da sein darf. Hallo, Jasper. Ich krieg's sofort aufs Maul. Du hast auch Tekken gefahren, oder? Ich hab viel Tekken 3 gespielt. Ich hoffe, das hilft mir jetzt bei Tekken 8 auch noch ein bisschen. Eddie Goro ist nicht dabei. Ja, hab ich schon gehört. Muss ich den Leichteren nehmen, Hoverang. Huuuuh. Macht direkt hier Duftmarkt. Ja. Tony, dich sieht man hier nicht zum ersten Mal, aber du warst auch schon mal hier. Eigentlich beim letzten Turnier. Hast du auch schon hier einen Favoriten? Äh, also wen ich spielen werde? Ja. Müsst du nicht sagen, musst du nicht sagen. Ich würde dann vielleicht eine nette kleine Überraschung. Nein, also ich nehm Ling Xiaoyu tatsächlich. Ling Xiaoyu, Ling Xiaoyu. Vincent, wen nimmst du? Also Top-Zero ist diesmal nicht dabei. Ja, leider nicht. Leider nicht, sonst hätt ich euch alle rasiert, also safe. Nein, ey, ich nehm Gin, ich hab den zwei Stunden gespielt. Ey, zwei Stunden zum Beispiel? Das sind drei Stunden länger als die meisten hier. Ja. Ist hier jetzt kein Kaiso, ne? Ne, leider nicht, leider nicht. Aber wie sieht's bei dir aus? Du hast bestimmt auch sehr viel Fighting-Games-Erfahrung, vor allem Tekken. Ja, casual ich, ne, so mit Freunden, so mit einem Bierchen, so ein bisschen drauf daddeln, aber jetzt nie irgendwie online. Soll hier nicht anders sein. Ich hab deine Handhaltung gesehen, die sah mir sehr prof. Aber das hab ich irgendwie antrainiert, das hat nichts mit meinem Skills Level zu tun. Belle, wie sieht's bei dir aus? Tekken ist tatsächlich das Fighting-Game, was ich am ehesten spiele. Aber ich hab's auch lange nicht mehr angefasst. Ja, aber ich glaube, Tekken hat das so einen guten Einstieg wieder in dieses Franchise, weil es ist schon echt gut. Und Max! Ja, ich nehm auch Linkshoryu, die hat mir damals im Abizimmer mit Tekken ... Es ist lang her. Sie ist erst bei Tekken 3 dazugekommen. Stimmt, dann das. Würde mir auch wieder Glück geben. Oder Tekken-Tek-Tournament. Dann 3. Tekken 3. Tekken on Titan, ne? Das tut mehr als weh. Oh, Gregor. Dafür bin ich hier. Ja, Gregor ist nur für die Wortwitze hier. Aber Gregor, du bist natürlich auch für die Tekken-Expertise hier. Ja, genau. Die Wortwitze bringe ich mit, aber mit meinen Skills werde ich euch zu Witzen machen! Hm! Mussten wir den Kampf machen? Okay, okay. Ich wusste auch nicht, dass wir Powerphrases vorbereiten sollen. Aber ich find's schön, dass hier schon ein bisschen Action ist. Also, wir spielen heute im Best-of-3-Format. Es gibt natürlich auch wieder Loser-Bracket. Das heißt, wenn ihr einmal im Best-of-3 verloren habt, ist es noch nicht ganz vorbei. Ihr habt die Möglichkeit, wieder reinzukommen. Mhm. Und ich persönlich weiß noch gar nicht gegen wen ich spiele. Ihr habt's ja irgendwie schon geleakt bekommen. Einen Kampf wissen wir. Ach ja, und das Finale ist Best-of-5. Aber das ist, glaub ich, kein Problem, ne? Ich guck noch mal, was wir alles haben. Die Maps werden zufällig ausgewählt. Wir haben den Easy-Mode, der neu dazugekommen ist, durch die L1-Taste. Der ist ausgestellt. Jawohl. Wir spielen ganz normal. Das bedeutet aber, auf den L und R-Buttons ist gar nichts drauf. Äh, taunt auf L1 drauf. L1 ist da gar nichts ... Also, R1 heißt ja immer noch der ... Der Heat. Der Heat. Genau, aber der Easy-Mode war, haben wir ... L1 war das. Okay, okay, gut. Genau. Aber nicht hier L, zwei, R, zwei, drei Knöpfe zusammen oder so ein Krams. Mhm. Was sich in der Gute eigentlich einstellt, aber nein. Okay. Das sind die wichtigen Fragen. Seid ihr alle bereit? Ready. Ja. Ich weiß gar nicht, wer die erste Begegnung ist. Deswegen, lasst uns mal schauen, wer die erste Begegnung ist. Liebe Leute. Hey! Gegen Tony! Let's go! Let's go! Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, okay. Es ist natürlich Pressure jetzt als erstes ranzumüssen, ne? Yes, of course. Okay, okay. Aber sie fallen ja noch gut. Äh ... Okay, Tony, den Link show you. Und ... Belle? Alisa. Oh Gott. No! Gerade Alisa hat das Santa-Pick. Das ist ein Movement. Das war ein Kettensägen-Massaker, ne? Ja, ja, ja. Wo sie noch dazukommt? Tekken 6. So, genau. Und dann einfach random, ne? Okay. Okay. Time to get some danger. Lars kam ja in Tekken 6 dazu, deswegen glaub ich ... Ja, dann müsste es Tekken 6 gewesen sein, weil sie ist ja irgendwie so ... Was war sie noch mal? Dr. Busconovics eigentliche Tochter? Ich glaub schon. Ja, und irgendwie ist sie jetzt in Lars verliebt. Nice. Ja. Oh, oh, Belle haut gleich raus. Direkt auf ... Oh! Ah! Gleich verbraucht. Okay. Ja. Oh, kann sein, aber doch ... Oh Gott, ey. Show you harassment hier. Und jetzt er ein. Oh! Alter! Ah! Da fliegt der Kopf das erste Mal. Ah, fuck. Ha! Hm! Ich hab's jetzt aber im Best of Five eingestellt, ne? Dann ist aber nach zwei Gewinnpunkten die Runde zu Ende und wir stellen's richtig ein. Ja. Oh, nein! Oh! Scheiße! Oh! 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 Oh, damn! Oh, das klappt krass. Oh! Direkt ne nicee Wunder. Da geht's. Ah! Oh! 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 Was ist das denn einfach? Oh! 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 Das war's. Ach so, deswegen bewegst du dich nicht mehr? Ja, genau. Wir müssen auch umstellen. Okay, gut. Ein Match? Also, sollen wir jetzt umstellen, oder was? Ja, genau. Stell das auf zwei Gewinnpunkte. Auf zwei Gewinnpunkte. Ach so! Ach so, meint ihr das. Oh, hast du grad Hoffnung? Ja, ich dachte so, hä? 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 Was meinst du jetzt schon zu schnell vorbei? Oder? Ich weiß nicht. Wie jetzt? 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 Wie soll ich damit weitermachen? Weil wir wollen ja so, dass ihr zwei Begegnungssieger... Ach so! Okay, dann sollten wir das auch umstellen. Genau. Best of three ist nicht, dass wir das einmal schnell um, ne? Ja. Okay, warte. Ich mach einmal schnell. Also, es ist ein Best of three von Best of three. Genau. Weil sonst wär's, glaub ich... ...maximal. Also, zwei Runden, sonst noch irgendwas? Nee, aber Best of three auf Best of five geht ja genauso. Äh, Anzahl der Runden, nee. Zwei. Eine Anzahl der Runden zwei und dann einfach 60 Sekunden bleibt alles? Ja. Tagball ist egal. Ja, nee, das war's dann eigentlich. Wenn wir danach spielen. Dann ist das so richtig. Aber da haben wir schon mal 1-0 für Belle. Ja. Schöner Aufschreiben. Okay. Wenn wir uns grade noch merken. Dann könnt ihr jetzt theoretisch wechseln. Ach so. Genau. Und dann hat sie gewonnen, ne? Ja, genau. Weil zwei nur hat Belle gewonnen. Alles klar. Hast du jetzt was ausgesucht? Nee. Es war nur so, ich spiele mit. Go again. Ich muss das jetzt noch mal wählen. Über jeden Spielerabend erst mal die Regeln klären. Ed ist auch im Chat. Erst mal drüber nach. Okay. Edith wär heute auch da gewesen, aber gute Besserung an dieser Stelle noch mal. Edith, gute Besserung. Ui. Nein. Ich spiel für dich, Edith. Ich spiel für dich, Edith. Leider zufällig krank. Weltbester Let's-Player. Weltbester ernannt oder bewiesen. Ich schweige. Oh, Edith. Er schreibt, jetzt wird's los. Ey. Anderlein. He is on. Alter, das kann man nicht angehen. Das ist richtig gar nichts wild. Komm schon. Shit. Ja. Oh, shit. Macht sich. Oh, ey. Ben ist egal, wie viele Runden. Oh, scheiße. Der hat extra ein bisschen schlechter gespielt beim Trainieren. Oh. 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 Eieieiei. Jesus. Jesus. Was für ein Rapper. Der könnte... Oh. Oh. Gepunished. Nice. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Name of the game. Hammer. Das war wirklich ein... Was? Ja, ja. Hä? Was ist das nicht? Jetzt war ich selber überrascht. Stil ist leider schon der Hammer, ey. Okay. Die haben wir weggeworfen. Auf jeden Fall ausreichend hydriert ist sie jetzt. Ja. Du wirst aber auch gepunished ohne Ende hier. Na komm jetzt. Nice. Schöner Konter. Schöner Konter. Der war lecker. Kontrolliert. Oh. Oh, geil, 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 geil. Let's go. Ja, ja, ja. Let's go. Let's go. Gleich durch. Oh Mann, da braucht der Tor. Hast du getaunt? Das war aus Versehen. Hat sie eins gedrückt? Sie hat getauntet, ja. Hä? Bam, bam, bam. Oh, damn. Oh mein Gott. Das war locker ein Drittel der HP weg. Getroffen. Oh. Was? Oh, what happened? Okay, damn, yeah. Nice. Nice. Was löst? Oh, nein. Das war zu spannend. Mein Herz geht so ab. Okay, und einen haben wir jetzt noch, ne? Ja, möchtest du den Karakter wechseln? Nee, nee. Du? Ja. Okay. Im Letzten, in der Letzten. Im Letzten wechselt sie? Ja. Das ist, äh ... Ich versuch's. Finale machen wir mit Zufall, ne? Das ist eh ... Aber wo bist du denn? Wo ist mein Cursor da? Oder beide nehmen Kuma und Panda. Oh, no. Geil. Oh, Gott, no. Battle of the Bear. Zafina. Oh. Okay, let's go. Ey, weil so lange kann's nicht her sein, dass du sagst ... Zafina ist einer der neuen Charaktere aus ... Ich ... sieben? Du, bis vor einer Stunde kannte ich ihn ja nicht. Oder sechs. Nee, sechs. Sechs ist ja auch mit zugekommen. Glaub ich, in keiner Welt. Das ist ja ein Sanos-Must. Azazel war ja im sechsten Teil dabei. Aber sieht schon echt so gut aus. Ist die der Exeroyou? Konter? Ja. Wahrscheinlich, ja? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Ah, Würfe. Nack. Ge-grabbed. Oh. Alter, das war so blöd. Oh. Einfach diese dicke Würfe. Krass, was der für ne Range hat. Ich wusste gleich, dass sie das kann. Damn. Armschlange-Kombo. Ja, nice. Ich spring gerade und kann nicht bleiben. Oh mein Gott. Dick Wolf. Und vielleicht noch zu gremben. Okay, Matchball für Bell. Ja. Lässt sich das nicht gefallen? Oh, Alter. Das ist so ein Low-Hit. So ein ganz merkwürdiger. Kann man nicht blocken. Baldomisius für Caliban. Unblockbar. Das gibt's doch nicht. Alter. Oh nein. Oh nein, ich hab den fucking Bell. Das ist schon... Vielleicht komm ich noch gar nicht dazu. Oh. Wir sehen uns. Nein. Der könnte, der könnte, der könnte. Oh. Aber, aber, aber. Das überlebt doch. Das überlebt doch. Oh nein, sie hat sich vorhin geopfert, oder? Was heißt das? Oh nein, alles gut. Okay. Okay. Schiss gehabt, ey. Ich hab schon mal HP wieder gekriegt. Okay, nice. Oh Gott, ich hab den Schiss. Die halbe Welt untergegangen. Oh. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Zu weit weg, glaub ich. Zu weit weg. Oh. Alter. Okay. Es ist ein Comeback. Es ist ein Comeback. Ja, ja, ja. Easy. Alter. Easy Game. Oh Gott. Alter, was geht das? Jesus. Schicksal. Oh mein Herz. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tony, was los, Mann? Oh mein Gott, was los mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck, das tut so weh. Ah. Oh. Alter, macht ihr das spannend. Es ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Es ist noch einmal der. Oh mein Gott. Oh. Kann doch nicht sein! Nein! Oh mein Gott. Digga, bitte nicht. Nein, nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott. Oh, direkt hinterher. Direkt. Oh mein Gott. Krass. Oh mein Gott. Krass. Oh mein Gott. Das war jetzt auch 70er. Alter. Okay. Krass, krass, krass. Das war Steckenhaft. Vielen lieben Dank, dass ihr eingestellt habt. Ey, richtig gut, ey. Richtig Klatsch, ey. Richtig Klatsch. Okay, heftig. Wir müssen kurz ein Interview machen. Einige haben gefragt, Toni, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ich bin Toni Michael Sattler und ich bin Synchronschauspieler. Vielleicht kennt ihr mich aus Final Fantasy 16, da hab ich den Dion Lessage gesprochen. Genau, da war ich mit dem geilen Kerl drin. Er macht auch sowas ähnliches. Ja, genau, genau, genau. Ich war Clive in FFX16. Und wir haben uns mega gefreut, als wir damals die Rolle bekommen haben. Ja, Mann. Ich hab einfach nur gesagt, du bist neu hier, aber ich hab nicht gesagt, wo du herkommst. Wo genau findet man dich hier auf Rocket Beans TV? Meistens bei Game Two. Da hat man mich vielleicht schon mal gesehen. Genau, da bin ich Creative Director seit August jetzt schon. Sind schon sechs Monate, krass. Okay, Zeit vergeht schnell. Da bin ich unterwegs, genau. Und jetzt hoffentlich vielleicht hier auch ein bisschen. Ja, natürlich. Deswegen freut es mich sehr, dass du hier bist. Alle anderen. Ich kenn's, Mann. Die Kettel hier. Alter Hut. Obwohl Max, Max als Producer durchsicht man nicht so oft vor der Kamera, aber freut mich auch mit. Peits, peits. Peits, peits, ehrlich. Max sorgt dafür, dass wir arbeiten. Und Gregor, ich weiß nicht, du hast ja auch so einige Sendungen hier. Hallo, ich bin hier. Danke, dass ich sein kann in diesem Land. Du kannst hier sein in der Sendung. Wollen wir mal kurz hier in den Turnierbaum reinschauen und gucken, was jetzt das bedeutet. Ich ahne, fürchterlich ist. Okay. Runde weiter. Bell, noch nichts vorbei. Oh, nö. Oh, ich seh das schon. Und da schon die nächste Begegnung. Aber zeigt doch einfach mal gut geworden. Die nächste Begegnung. Du bist zu gut geworden, Max. Mau. Ganz schön fiese Typname. Setz euch. Dann so wie es war, dann auf die andere Seite. Ja, ich glaub so wie es war. Dann müsste ich auf die, glaub ich, oder? Okay, wie du magst. Wie du magst. Alles gehört dir. Also je nachdem, wie es anberaumt ist. Ja. Wackelt der Controller? Nein, ne? Also ich weiß nicht, wie viele von euch auf der rechten Seite trainiert haben, oder so. Also ich hab so ein bisschen Handicap. Ich hab's überlegt, aber ja. Ja, das ist vollkommen recht. Eigentlich mal auf rechts trainieren. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber du wirst mich sehr, sehr lang machen. Wartest erst mal ab. Das wird dein Comeback, mein Freund. Ein Lore-Beckel. Ja, random. Also Tekken 1 das letzte Mal richtig gespielt. Tekken 1? Ja. Nein, 3 auch ein bisschen. 3 auch. Als ob. Als ob. Der Arcade-Gott Gregor Cartius hat nur Tekken 1 gespielt. Er spielt auch Arcade-Stigma. Ja. Unique Entrance, das mag ich. Oh, du heiliger Mann. Alter, das geht ab dir. Nein. Uh. Ups. Auf dem Controller ist es nicht abgeschaltet. Das hat nicht gezählt. Das hat nicht gezählt. Das zählt schon. Aber hier ist das, ne? Was war das? Genau. Nimm einfach irgendwas anderes auf L1 oder so. Ups. Oh, nee, nee, nee. Warte mal. Nee, nee, nee. Left Kick jetzt. Spezialstil. Kann ich das nicht irgendwo wegpacken? Das ist gar nicht. Du musst, glaub ich, irgendwas anderes auf L1. Und dann wieder X drücken. Dann geht's ja weg. Kannst du irgendwas auf L1? Ach so. Ach, und dann kann ich X wie gleich hier oben hinpacken. Ja. Dann lass es weg. Bestätigen. Okay. Okay. Nice. Okay, dann machen wir weiter. Yes. Okay. Ist das für beide jetzt? Okay, alles klar. Nicht nur auf seiner Seite, aber Vince hat auf seiner Seite den Ton. Okay. Bam. Alter. Alter. Was denn jetzt passiert? Das Üben hat gut getan. Ach, fuck, nein. Was? Er hat's auch? Du hast es auch? Ja, ich hab vom Dingsbums noch ... Wahrscheinlich, weil wir eben das Spiel neu geschaffen haben. Das kann sein, ne? Okay. Oh, krass. Alter. Okay, 1-0, Vince. Okay, dann müssen wir's noch mal einstellen. Ja, dann stellen wir's noch mal ein. Dann gehen wir noch mal übers Hauptmenü, oder? Ja, auch noch. Ja, auch noch nicht. Genau nicht. Aber hier mal für die Story-Konditeure. Willkommen im Menü. Er ist tot. Kannst du's einstellen? Er ist so richtig, richtig tot. Ist er wirklich tot, tot? Mann, also ich hab die Story noch nicht ganz durchgespielt. Ich hab sie durchgespielt. Ja, ja. Ich hab nur angefangen, aber deswegen nur kleine Hinweise sind wohl in Rayna. Die Spiel kämpft anscheinend mit dem Mishima-Style. Ja, ja. Ob's da irgendwelche Zusammenhänge gibt? Oh, I know. Die ist wiedergeboren oder so. Mach alles ähnliche Moves. Ähnliche Moves. Der fehlt gleich. Aber wenn du so Harada fragst, ne, dem Lead-Entwickler, der sagt dann, I heard she is dead. Wie jedes Mal am Anfang. Don't ask me for shit. He's dead. Okay, also, Kazuya hat nix gebracht. Komm. Oh, nein. Jetzt machst du mich lang. Jetzt machst du mich lang. Damit, damit kannst du mich kontern ohne Ende. Ich bin genug gespielt. Mein Bruder hat immer King gespielt. Ich muss sagen, ich bin mit Jin gar nicht so klargekommen. Hm? Ich bin mit Jin gar nicht so klargekommen. Round one. Fight. Oh. Ah. Lücke, Jin, Double. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, schön. Schön angetäuscht. Oh. Nur Aggro. Alter. Aggro-Move. Oh, Dale. Jetzt geht's los. Oh, nein. Der hat der hat sich geschleudert. Ja, der hat der vor. Das wäre ja auch richtig schistig. Oh, gut. Äh. Wer ist? King blocked auf gar nicht. Ja, halt. Alter. Ich bin mal nachgedreht. Kommt runter, Jungs. Wie viele Stunden hast du gesagt, dass du gespielt? Nein! Nein! Doppelst so viele wie wir. Drei. Ja, das ist zwei. Brich ihm die Beine! Oh, 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 oh! Wer rauskommt! Zu dem Zeitpunkt ist es erlaubt, so zu spielen. Nein! Puff! Grabs sind offen. Oh, schass! Oh nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein! Oh nein! Oh nein! Let's do this! Nice! Tide Rival! Okay. Ja, komm! Oh mein Gott! Was? Oh Gott! Mann, ey! Wirklich, ey! Oh! Matchball! Ohohoho! Nice! Alter! Nein! Und? Oh! Totten muss die Klauslein sein. Oh! 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 Oh nein! Das war's, oder? Das ist 2-0! Schönes Ding! Dann ist es weiter! Ich danke dir, dass du leicht warst! Dafür bin ich hier! Oh Gott, oh Gott! Ja! Okay, das heißt, Gregor wird nachher gegen Bell antreten und Bell gegen Gregor und ihr beide seid danach wahrscheinlich in der nächsten Runde! Oh nein! Jetzt gucken wir mal, wie die nächste Begegnung aussieht! Die Gäste verkaufen sich gut! Oh nein, wir beide! Oh, jetzt reich! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! So, wie sieht man in Chunghaus? Machst du Leeroy? Das kann man schön nachfaken! Das ist einfach! Das ist ja waschen, polieren, ne? Ja! Ah, ja, 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 ja! Mach eher das, was Stevens egal macht! Ich hab's gerechnet! Boah, ey! Stehen! Matthias macht mich stolz! Ich tu mein Bestes! Okay! Ich will dich im Loser-Bracket sehen! Da treff ich dich dann nachher, Watz! Da will ich noch ein paar Gegner! Das ist mein Controller! Geht nicht hoch! Das ist gut! Das gefällt mir! Oh, okay, Lilly! Oh, Viktor! Oh, sehr gut! Look at that, man! Die zwei Franzosen! Ja, Monaco, okay? Monaco! Monaco! Aber wir können doch Paris nehmen! Der hat so einen gewöhnlichen Fall! So, er hat so einen gewöhnlichen Fall! We go into Monaco! Lilly kommt aus Monaco! Lilly kommt aus Monaco? Ja! Komplett random aus Monaco! Okay! Okay, let's take it! Okay! 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 Okay, tschuldigung, tschuldigung! Ich hab ne Waffe dabei! Hi! Yo! Ist der amerikanische Pass, ne? An dem Fall Franzose, ne? Ja! Ja! Mhm! Oh, der war okay! Oh, der war okay! Oh, der war okay! Oh, der... Oh! Oh, boy! Nice! Nice! Dreh, Alter! Yes, man! Geil ich's jetzt! Du musst blocken! Warum?! Ach! Oh mein Gott! Nicht angreifen, Matthias! Block resfracted! Nice! Oh, was? What?! Oh, what?! Nice! Nice! Ah, come on! Head juggle! The Knives! Oh, shit! Oh, shit! Oh, 1-1! Let's go! Huch! Heat und Ray talent! Oh, nice! Der kann man direkt hier... So wild, dass ich teleporten kann! Mhm! Imagine, du hast zwei Messer an die Knarre und ein Schwert, du kommst zum Faustkommen! Oh nein! Warum juggelt der nicht? Oh, oh, lucky me! Oh! Oh! Ah, du Sau! Verdammt! Victor Neuermain, würd ich sagen! Oh! Nice! Oh, oh! Ja! Yes! Nice! Gerade so! Ich hab mal die Eier gehauen! Das reicht, das reicht! Dreck, 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 Dreck! You're gone! Yes! Ah! Schön! Oh, Mann! Was für Comeback! Monaco wins! Das sagt mein Vater nicht zu. Ja, okay! Wunderschön! Okay, ich nehm die gleichen Karte. Nee, ich glaub dabei. Ja. Ich hab tatsächlich auch gedacht, die Dienste nehmen, weil ich den sehr in Tekken V mochte. Hätte nicht gedacht, dass ich mal für Matthias bin. Round one! Fight! Oh! Damn! Oh! Aua, aua! Aua, alter! Aua! The real Juggle hier. Übertreib's nicht. Jezu, damn! Da ist ne Wand! Da ist ne Wand, Wirt! Wie hat der Michael Wischte bihin zur Seite geküpft? Oh, 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 oh! Ah, den Block da! Block da, block da! Ich hab doch geblockt! Snap, snap, zirbidi! Und nix, ne? Nein, mein Genick! Wie kannst du den denn nicht blocken? Ich weiß noch nicht, was da war. Da, wo man ihn ausschalten kann. Knack! Ich mag es nicht auf der Seite zu reden. Erst benutzt er seine Knarre. Bis hierhin und nicht weiter. Komm schon, komm schon! Damn! Oh nein, nicht schon wieder! Oh mein Gott! Schöner Konter! Ah, Stevi auf der richtigen Seite! Ich muss mehr Grabs machen! Oh nein! Oh! Rage gegen Rage! Nein, 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 nein! Und die Rage! That's it! Time to say goodbye! Setz dich schon mal hin! Ich lass mich schon mal hin! Gut gespielt! Oh, die Guacamole! Puh! Damn! Ich wollte ins Loser-Bracket, das war meine Absicht! Von hinten was fällt mir an, ne? Du wählst den härteren Loser! Okay, finale Begegnung! Wen haben wir denn hier jetzt? Wer kann es nur sein? Die Warhammer-Spieler! Du Eximus Prime wieder aufwärmen! Ich hab keinen Kajal zur Hand! Gut spiel mit! Du kannst Schlangen-Kum-Fu! Mal! So! Gleiche Charaktere wie die? Nö! Machen wir was eigenes? Mögen wir nicht! Ja, ich ahne ja schon, was du nimmst! Ich glaube, ich nehme... Ganz garstelig! Oh nein! Oh nein! Damit hab ich nicht gerecht! Wer hätte das gedacht? Tekken-3-Kars! Tekken-3-O-Zung langsames! Weil King langsam ist! Schon aufregend! Ja! Schon langsamer! Ja! Jetzt ist das Ernst, ne? Na gut! Nur Kicks! Jetzt bin ich gespannt! Ich bin mal gespannt! Ich fand Horang gar nicht so einfach zu spielen, wenn ich ehrlich bin! Der war früher viel leichter zu spielen! Oh, da geht sie in die Führungsstelle! Oh, schön getan! Schön gedodged! Nice! Oh, oh! Schön! Schön! Alter! Schön gegeben! Nice! Gepunished! Oh! Oh! Nein! Nein! Ich hasste! Diese Dreckscheiß-Attacke! Wut! Trauerverzweiflung, Erniedrigung! Bam! Bam! Ja! Könnte nicht reichen! Was? Erlebt! Der Konter! Ja! 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 Oh, der, tej! Der krieg, der Reiashed! Der, der hat fast geförst! Ich weiß, warum ich das nicht so oft mache! Was für kr- Der, der reiht! Nehm, der reiht! Hej he! Rose, hast dich... Trpeł! Krass! Aufregend! Evo-Levels hier! Fenix-Style! Es ergibt nur noch Handkante! Komm schon! Sein Training doch anders aus, Max. Du hast gefaked im Training Rückkampf, ja, ja, ja. Er bringt das Tech in Tech. Ja, ich muss ein Fusor-Bracket auch. Da geht's ab. Nein, 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 nein. Halt doch endlich mal die Schnauze. Oh, Alter, der mitkriegt das Essen. Oh Gott. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ja, ja. Ja. Nein, 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 nein. Du legst doch gar nicht genug. Nein, aber nicht, aber nicht. Das ist ein berühmter Letzte Worte, wo ein Scheiß ist. Erstmal, ich will doch gegen dich ran. Ja, machst du nice. Okay, nix los, nix los. Alles gut. Naja, hier stimmt, ey, mit dem Cross-Replay ist der Block-Damage. Oh, diese Unten-Attacken, ey. Ja, hart. Der Fußfeger, ey. Die Unten-Attacken. Die sind die Schleppisten. Der ist schon wieder. Da. Boah, wie viel das da abzieht. Krass, wie viel das da abzieht. Das ist freudig. Sollte ich mich merken. Der Abschluss-Kombo noch schön ins Gesicht treten. Oh Gott. Das macht ihr auch weiter. Nice. Oh, nee, Juggle. Schade. Ja, Block, Block, Block und jetzt rein. Schöner Block. Oh, kein Follow-up. Nice. Oh, da falle ich. Oh, oh. An die Wand. Ja. Oh. Oh. Das reicht nicht. 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 Das war's. Ich glaube, er hat noch. Oh, hey. Krass. Oh. Oh. Mein Herz ist mein Herz. Aufregend. Oh. Im Loser-Bracket werden Helden geboren. Loser-Bracket werden Helden geboren. Krass. High five. Nicht schlecht. Sick. Okay. Das war jetzt das Achtelfinale. Gucken wir doch mal hier auf die Tabelle. Wie sieht es mittlerweile aus? Wer spielt gegen wen? Wir haben gleich im Viertelfinale Toni gegen Vincent. Oh Gott. Dann Matthias gegen Max. Oh. Und im Loser-Bracket, womit wir, glaube ich, dann anfangen. Belle gegen Gregor. Und Wirt gegen Jasper. Mhm. War jetzt nicht so schwierig für dich. Ey, ich hab aber gesehen, wie du mit Horang spielst. Deswegen ist es ... Ja, hätte besser laufen können auch. Hätte besser laufen können. Okay. Pause, oder? Wollen wir eine Pause machen? Machen wir eine kleine Pause und noch mal kurz runterkommen. Ja, ich muss auch ein bisschen runterkommen. Wir sehen uns dann gleich wieder hier beim Tekken-Turnier auf Rocket Beans TV. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Äh, Eddie? Eddie! die ... Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24 7 auf satou.com und Rocket Beans TV. Einfach so. Willkommen zurück zum Tekken-8-Turnier hier auf Rocket Beans TV. Wir hatten gerade das Achtelfinale. Jetzt gehen wir weiter mit dem Halbfinale vom Loser's Bracket. Und da schauen wir noch mal kurz auf die Tabelle, wie es im Moment aussieht. Toni hat sich bewährt, Vincent hat sich bewährt. Matthias hat gewonnen gegen ... War ziemlich okay. Max! Max ist auch im Viertelfinale. Jetzt geht es weiter. Und zwar mit Bell gegen Gregor und danach mit Wirt gegen Jasper. Also, Bell, Gregor. Setzt euch. Let's go. Ready! Besser als Deutschland ist vermutlich schaffen. Besser als Deutschland. Das ist der Marsch. Wir sind ja quasi das deutsche Tekken-Team. So. Was nimmst du? Äh ... Einmal Zufall? Nee! Oh! Ich probier's noch mal mit Kasujia. Nee, nee. Bell fühlt keinen Zufall. Kasujia ist auch echt schwer, ne? Ist ein ganz schön komplexer Charakter. Wer zu spielen? Easy. Drück auf den Knopf und deine Haut dazu. War insane. Ja, ja, ja. Das dachte ich auch nicht. Ja, das dachte ich auch so. Oh, what the fuck. Respekt auf jeden Fall. Böse. Kann man das abbrechen? Du musst auf Start, glaub ich, drücken, oder? Ja. Options. Jetzt. Oder auch nicht. Man könnte sich die ganze große ... Okay. Alter! Okay, 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 okay. Okay. Im Leben. Okay. Oh, oh. Oh, nee! Oh! Oh! Direkt. Hey, das ist aber auch spannend, ne? Der will Kasujia, okay. Hamst, das tut mir so weh. Oh! Oh, alter! Was? Ich hab noch gegriffen, ey! Was? Gottverdammte! Damn! Bullshit. Stark, stark. Nur die nerven. Das sieht toll. Endlich mal. Ah, oh ja, stimmt. Der Spinning kick. Noch weiter! Okay. Also, ich hab doch nicht alle Dimensionen geballert. In der Vorhölle. Was ist denn das? Das ist ein Wahrsein. Er panisch heat. Ja, nice. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Oh, mein Gott. Oh, da kommt der Kotter. Speaking of Comebacks. Warum, wie mach ich den hier? Dann verraten wir doch, welcher glaubt er. L1, das ist die L1-Taste. Aber Taunton ist auch cool, man. Das ist eine lästige Aktion. Also, du sammelst dafür sehr viele Punkte bei Jasper. Schon, ja. Ja, unten auf jeden Fall. Coolness-Punkte gibt's auch nicht. Schön. Der Grapple ist auch so cool. Ey, der ist auch so... Der Fliege ist auch gleich. Hätten sie Grapple. Das lässt sie nicht mehr nehmen, weil, komm. Oh, jetzt komm schon. Alter. Nicht so. Ich liebe das Moveset-Pasier. Alter. Nice, nice. Komm schon. Ah. 1, dammit. Sehr schön. Fuck, fuck. Well done, well done, well done, alter. Well done. Wirst du Kaster? Well done, ja. Well done, alter. Ey, hast verstanden. Jetzt, Leute, jetzt kommt der Move. Jetzt kommt er! Lilly! Uh, Matthias Main. Was kann die? Oh, vier. Die kickt ganz gut. Okay. Rich Kung Fu. Gut. Ich drück eh die zwei gleichen Tassen. Ich hab auch Random gemacht. Ich weiß nicht. Okay. Ticktocks. Nein. Weit Random. Claudio gegen Lilly. Wer ist Claudio? Claudio. Er ist Italiener. Hat er nicht einen Schäfer aus? Eindeutig. War mir die Bubi nicht zu warm. Ja, ja. Ade, bitte. Meine Katze. Okay, kämpfen wir. Er hat da die Katze geklaut. Das ist gut. Warum sind wir mal ein Asteroiden? Hau ihm aufs Maul. Ich finde, unsere Outfits passen gut zusammen. Ja, ihr seid farblich ein bisschen abgestimmt. Stimmt. Oh Mann, ey. Alter, das ist, ähm. Also in einem deutschen Dab würde ich Claudio sprechen. Nein. Claudio? Da siehst du dich. Ja, ja. Alter. Ein stimmlich easy. In diesem schmalzigen Italiener. Nee, nee, nee. Oh. 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 Schwer ist mein Heilzauber. Das war ein Transmutationskreis. Ah, na so, ey. Alter, jetzt explodiert der Asteroid. Ja. Warum? Es muss so viele Dinge. Es gibt so viel Energie einfach, Nello. Was gibt's mit dem deutschen Charakter Leo? Bei dem nicht kreisen. Bei dem nicht kreisen. Bei dem nicht kreisen. Die Appekarten, da hast du auch noch. Ich mach dich fertig. Ich schaffe das. Ups. Ey. Sorry. Oh. Oh. Schönes Ding. Dein. Ich wusste ja gar nicht, dass man das kann. Einfach, es ist eigentlich nur die Pros. Oh nein. Krass. Ja, ja. Nur die Pros. Ja, nur die Pros. Ja, nur die Pros. Oh, sie bliebt auf die Pros. Ja. Oh. Okay. 1-1. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hab drei Charakter gefunden. Okay. Und wieder Alisa. Nice. Sehr gut. Zufall mach ich nicht noch bei. Ja. Alisa gegen Lili? Du hast sie nicht daten lassen müssen, ja? Ja. Wer schwingst du Lili, Matthias? Denn ich leb mich doch mal. Oh. Ach so, leg erst. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Okay. Mirror Matches gehen ja auch. Das wär ja nicht das Problem. Oh mein Gott. Die beiden gegeneinander? Ja. Was sag ich mit Wetten? Ist nicht ... Jeder 500? Wir bestehen jetzt 1-1, ne? Ja. Das sind ja Alpakas. Das sind Alpakas, die kannst du wegkicken. Das ist die Kaffee. Ich kenn doch mal Lakas. Die Alpakas. Bei Tekken 6 gab's doch diese Jodel-Map. 1-1, ne? 1-2, ne? 1-2, ne? 1-2, ne? Wow! Könnte man Schafe wegkicken? Oh, die, 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 die Heat. Ja, nimm mal einen Kaffee. Ich hab meine armen Schafe, aber er hat ihn da ist. Oh! Der Arm! Wie geil! Wow! Was? Kannst du den Powercrush wohl einfach reinkreifen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Jetzt los! Das war ... Ultra-Combo! Das sind lide Beinarbeitergegen. Ultra-Combo. Böser. Nice. Okay, der Rücken ist gone. Das kriegt kein Chiropractor mehr hin. Oh, no! Damn! Oh, damn! Oh, damn! Mad respect! Erstmal für Gregor. Komm, einen noch. Oh! Direkt ... Oh mein Gott! Ihr seid so wild! Oh, nein! Oh, nein! Ah, ah! Da war jetzt ... Oh! Oh! Was geht denn mit Lilly? Damn! Lilly ist einfach am Start hier. Die sind grad die Alpakas runtergefallen. Ja, die Map geht dahin weiter. Die haben sich dematerialisiert. Runtan. Das machen Alpakas immer. Alter, was für ... Oh, well! Damn! Was ein Comeback! Was ein Comeback! Oh! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Da wird ein Tee getrunken. Not fair! Not fair! Not fair! Puh! Oh, jei! Und ist Gregor weiter? Hätte nicht Zufall gehabt. Tut mir leid. Aber du warst bedrohlich. Sehr bedrohlich. Also, ich hatte tatsächlich Angst gehabt gegen sie zu gehen. Als ich gesehen habe, wie du Alisa spielst, hab ich so ... Oh, boy! Oh, boy! No, no, no! Oh, hell no! Anfänger Glück. Anfänger Glück. Ja, das glaub ich nicht. Schön. Das ist viel drin gewesen. Aber jetzt gehen wir weiter mit dem Viertelfinale vom Losers Bracket. Wen haben wir da? Na gut. Oh, jei! Ich steh links! Willst du lieber links? Ja, ich will lieber links. Ich aber auch. Ich glaube, es ist für die Fans egal am Ende, oder? Ja, ist für die Fans egal. Aber das stimmt. Nee, es sitzt schon eigentlich richtig. Okay. Passt, glaub ich. Ja. Die Kameras sind schon richtig aus. Die Kameras sind richtig aus. Aber ... Du kannst links, wenn du möchtest. Echt, mit dem Controller ... Warte mal, ist das meine? Nein, das bin ich. Ach, du bist das. Eigentlich war der Controller hier. Jetzt könnte es Probleme geben vielleicht. Mach einfach mal. Passt. Wird schon laufen. So, probieren wir doch mal ... Du müsstest den Controller schon ... Bist du Player 2 wird ... Ich bin Player 1. Dann ist es richtig. Probieren wir mal was Neues, Jasper. Ich probiere mal was Neues. Probieren wir mal Hoverang. Aber in einem anderen Outfit. Komm, Zufalls, Boys. Mach mal so mit ... Das hier? Ein Match muss mindestens random sein. Das sieht ... Haben wir jetzt beschlossen. Das sieht zu bescheuert aus. Ne, ja, weiß. Victor. Und ... Pyjama. Ja, warum trägst du so ein Pyjama, ey? Ja, doch auch. Casual. Es gibt doch richtig sickes Ofen ohne Outfit von Victor, wo er super ripped ist. Nice. Low Body Fat. Der Helfe in der Pistole kommt, ne? Oh, was ich meine Motorradierer driften darf. Das kann ich nicht mal im Kampf benutzen. Nein, Yoshimitsu's Schwert war schon so eine Sache. Aber jetzt kommt der und knallt die Leute. Schön gejuggelt. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Schön. Das ist aber nicht so krass viel Schaden. Ne, aber das ist fein. Das sieht aber geil aus. Aber er schaut schön aus. Ja, das ist gut. Was macht der doppelt so viel Schaden? Oh Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich bin nach der Wand. Klipp hoch. In der Ecke. Direkt exekutiert. Übel. Okay, okay. Nein, nein, nein. Let's go. Gute Nacht. Oh boy. Der hat gut connected. Halb. Okay. Okay, eins noch. K.O. Wenigstens mal ne Runde. Das ist doch schon mal ein Anfang. Genommen. Genommen. Der Weg da oben ist jetzt echt nice. Oh ja, einmal durch den Boden. Oh. Keine Gnade. Erstmal. Auf ein Bein. Damn. Oh ja. Sehr gut. Schön gejuggelt. Alter. Der Boden ist einfach so. Nein. Ja. Schön geblockt. Oh. Oh. Comeback City. Nice. Nice. Okay. 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 Let's go. Der Weg da kommt einfach rein. Ja, jetzt. Zack, zack. Oh. Oh. Wow. Oh. Oh mein Gott. Was, du hast gedrauffen? Beide kurz verwirrt, hab ich das Gefühl. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Eigentlich das? Nee, reicht nicht. Überlebt er. Aber nicht gut. Gut genug. Jetzt noch die Heat hinterher. Oh mein Gott, was? Das war nur Heat. Das hat gar nicht sein. Wir brauchen keinen Racer. Ich bin Ruhe. Oh boy. So knapp. Was? Rückkampf? Wolltest du einen anderen? Es ist nicht gewohnt, dass jemand was anderes ist. Wir machen immer weiter. Wir wollen Kuma spielen. Wir wollen Kuma spielen. Panda. Nee, ist okay. Wir machen weiter. Ach doch? Du kannst gerne fahren. Seid ihr bei Mortal Kombat? Ja, gut. Oh, schön. Oh, what? Dass wir auf Distanz kommt in diesem Thema. Noch mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hup, hup, hup. Horan ganz unbeeindruckt. Okay, jetzt Peter. Ich aber auch. Damn, damn. Oh ja, der geht durch. Ja, zack, zack. Kann man nicht blocken leider. Das ist ein bisschen scheiße. Aber Victor hat noch... Nicht nur eine Pistole, er hat auch noch ein Schwert dabei. Ja. Und ein Messer. Vor allem so ein High-Frequency-Blade oder so. Wahrscheinlich auf zwei万. Auf교 machen hier zwei, hier gefahren jarelated. Ich glaube nicht Loch inancienkarten sind. Oho ho ho ho. Oooo ho. Oho ho ushirn. Die, qualify! Die Important Musik. Och ho. Die Third and monte Kart, euch Pr expensivekraft. Oh okay. Das wieder Umsinheit geht um... Das was genau so. Ehm, kein Team istot mie SOL damit zu geben. Oh, damn! Okay, 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 here we go. It's Comeback City. Der landet, der landet. Wie jetzt das Rage gegen Ressier, oder? Ja, das blockt er. Oh, jetzt kommt der Panisch! Oh, was? Oh, mein Gott! Geh die Rumble-Liner! Alter! Oh, sorry, sorry! Ich muss noch Nummer sicher gehen! Meine erste Sendung hier! Du bist immer wieder eingeladen! Danke, danke, danke! Keine Gnade bei Rocket's Insights! Oh, Gott! Alter, krass! Oh, boy, oh, boy! Das war brutal, ja! Wild, Mann! Das war insane! Sorry, ich lass dich nicht her! Du bist immer wieder eingeladen, Mann! Du musst in Game Two verteidigen jetzt! Matthias ist der Letzte überblieben! Aber ich komm gerne wieder! Ich bleib noch da! Ich lass gern zu! Wir können gern ein Rematch machen irgendwann! Machen wir! Nach der Show! Wenn du nicht brauchst! Wenn du nicht brauchst, Matthias, wirst du Game Three degradiert! Vor der Tür! Ja! Ja! Okay! Das war jetzt eben das Loser-Bracket, das Viertelfinal! Jetzt gehen wir zum Winner-Bracket! Wen haben wir da? Wir haben! Regen und Survive! Tony, Vincent! Tony, Vincent! Tony, Vincent! Tony, Vincent! Huffa, Huffa, Huffa! Okay, dann! Let's go! Ja! Okay! 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 Okay, Charakter wählen! Links da ist! Ja, ne? Alle wollen links sein! Alle wollen links sein! Weil wir immer... Versteh ich gar nicht! Okay! Let's go! Du hast rechts gewonnen! Ja, rechts gewonnen! Deswegen sagt der nichts! Naja, lass ihn nur glauben! Haben wir da Statistiken? Wer rechts gewinnt, wer links gewinnt? Ja, sie ist da unten! Steht unten! Steht unten! Der Chat notiert, genau! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Duell der Sprecher! Die Cap hat er umgedreht! Time to get real! Boyfriend vs. Girlfriend! Let's go! Sowieso genauso wie wir halt drauf sind! Ja! Richtig! Oh! Mr. Kawaii! Ja! Sprecht euch mal richtig! Ja! Alles klar! Und jetzt Knüppelsuppe! Alles klar! Oh, wow! Komm! Nein! What the... Son! Die Fuße! Du musst die Fuße angreifen! Okay! Okay, okay, okay! Erst verstanden! Alter! Shit! Nein! Ja, okay! Oh, shit! Nein! Das ist mir aber trotzdem ordentlich was reingehauen! Ja, das wollen wir jetzt wieder! Mal gucken! Oh Gott, ey! Ja! Ja! Gönn mir! Nicht nachlassen, ey! Nein! Ich hab gewartet! Es ist Fakes! Nein! Oh! 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 Oh, so! Oh! Oh! Das ist nur, weil der den Kloser, den wir gefuckt hat. Du hässliche. Ja, gönn mir, gönn mir, gönn mir. Alter, Alter. Toni, komm her. Keine Gnade hier. Oh, ich hab mich geduckt. Oh nein, das ist kein Perfekt. Du, Alter. Okay, let's go. Oh Gott, ey, ich hasse dich an dem Boden. Ja, gönn mir, gönn mir. Gönn dir. Let's go, let's go. Ach, ich will den noch punishen können. Ach, nein. Nein. Shit, Alter. Nein. Ach, du. Komm, komm. Hässlich. Oh, ah, nein. Oh, Alter. Oh, ich wollte direkt noch hinterherhauen. Nein, du bist so eklig. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Oder doch nicht. Oder vielleicht nicht. Ja, doch nicht. Eins nur für Toni. Okay. Puh. Mir geht's nicht gut. Willst du den anderen, willst du das selben Ding? Nein, 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 nein. Same Ding. Ihr spielt doch häufiger gegenseitig. Wie gegen wen bin ich lieber an? Ja, aber es sind immer so illegale Faustkämpfe. Ja, sag Max. Also Max hat gesagt, er möchte lieber gegen ... Shaoyu war dann gewünscht. Immer. Alter. Einfach nur ein Fan von Shaoyu. Ja. Nein. Weg mich am Sack. Alter, tut das weh. Ich hatte noch keinen Möho-Match. Alter. Okay, okay, ich verstehe. Ist der gut? Nein. Ich muss das zurückholen. Nein. Oh. Ah, der war übrig. Hat's weh getan. Okay. Eins nur für Vince. Nein. Oh Gott, ey. Alter, ist das gut. Ah, sie ist einfach die Beste, ey. Oh, sorry. Ah, scheiße. Lieber Shadowheart. Eine ungesunde Option entwickeln ist, finde ich gut. Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ist okay. Okay, jetzt so. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, nein. Oh, scheiße. Ah, der war okay. Matchball. 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 Here we go. Okay, 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 okay. Wir machen's spannend. Wir machen's spannend hier. Okay, okay. Willkommen. Das wollen wir nicht noch was sehen. Let's go. Alles klar. Ja, kommt direkt. Wir legen den los. So ekelig. Wie kannst du da bitte noch reinchainen, Mann? Uff, Alter. Da? Ah, scheiße. Oh. What? Alter, übel. Ah, der kommt auch noch hinten dran. Insane, Digga. Insane. Oh, der hat nie gesessen. Oh, der kann die noch flacken. Ich glaub's nicht. Oh, süße Schwinden. Digger. Den will ich nicht noch mal sehen, Alter. Ey, was ist denn da los jetzt? Oh. Gönn dir! Nein! Oh! 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 Das ist perfekt! Das ist das erste, ne? Stark! Das ist perfekt! Fick, der Glöpfe! Nein! So, jetzt ist es. Weltspannend. Ah, ist nicht erspannend. Oh Gott, ey! Faded. Ja, da muss ich keine Spur. Und dann? Oh, der kriegt den Hit! Well done! Well done! Well done! Krass, krass, krass! Jetzt muss ich zwei Meter danach gegen Chao Yu. Okay. Kannst du dich einspielen beim ersten Mal? Tony, erste Person im Halfinale? Was? Du bist die erste Person im Halbfinale? Glückwunnen. Mit dem Fernpack auch noch. Du bist auch im Halbfinale? Im Loser's Bracken? Ja! Schauen wir mal auf die Tabelle. Ja, schön aktualisiert. Dankeschön unserer Stelle. Und jetzt geht es weiter. Diesmal, diesmal. Gegen Max! M&M! Let's go! Ja, der, let's go. Die Augen zu! Mach was nicht ohne dich, komm. Glück auf! Was sagst du, du nimmst nen Bären? Nee. Ich fühl, ich fühl, dass sowas Pandariges in dir. Ich weiß nicht. Finale muss eigentlich Panda gegen Bär sein. Das wär dann. Panda gegen Bären. Well done, well done, well done, well done. Gibt's kein Finale. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Verlier den Fokus nicht, Max. Nee, nee, nee. Alles klar. Diese dumme Katze überall hinläuft. Hey, Salt ist cool. Sie hat schon den Fokus verloren. Aber wo ist Pepper? Hm. Ja, echt. Da geht's schon los. Da geht's los. Da geht's los. Da geht's los. Da geht's los. Das wird gläubig passieren. Ja, ich glaub auch. Alter. Biest, der cool. Dreck. Ach, okay. Nein, 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 du Dreck-Sau. Alter, Max. Sorry, 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 sorry. Ist okay, es geht weg. Max spielt mit Rage, das muss man das spiel. Tekken muss man mit Rage spielen, glaub ich. Was machst du, ey? Keine Umarmung, keine Umarmung. Spielt dann nicht mehr mit Rage. Der geht runter. Ja, er geht runter, er geht runter. Das Harassment. Also ich hasse diesen Bodenwischmuck. Der Bodenwischmuck ist eigentlich der schlimmste Pest, ey. Ja, unten vorne gedrückt halt und lockst den so weg. Aber mach das mal im Geschehen. Oh ja, oh, oh. Oh, wenn das nicht macht ja. Obwohl, doch noch nicht. Oh. Ja, den Ball ist. Ja. Ja. Nicht konzentriert, nicht konzentriert, Dreck, 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 Dreck. Hast du geblockt, Dreck? Nein. Hast du geblockt? Hast du geblockt? Hast du geblockt, hast du geblockt? Das war der Bodengebnis. Oh, was passiert? Jetzt, äh, äh. Hör mir die Katze. Fuck die Katze. Oh, da wird mit nichts mehr gefegt. Ach, das sind überhaupt Räder, die es wiederhaut, ne? Ja, die sind so wild. Woah, schön geblockt. Alter. Und jetzt gibt's Direktkontra. Oh, okay, nein. Nein, 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 nein. Es gibt einen Leidmau. Das ist meine einzige Schmerz, die nach hinten gehen. Ja. Oh, der Rutscher. Das ist nicht übermütig werden, Matthias. Nö, nö. So haben wir das nicht geübt. Oh, der ist ja ganz cool, ey. Ganz cool. Eieieieiei. Ist noch alles drin, Max. Alles drin. Oh. Ist die das überlebt, hat den Sturz? Merkbar. Nochmal? Ja, ja, ja. Verlaufen ja nicht da. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Er hat ne Schleife am Schwanz. Habt ihr das gesehen? Ja. Die rote Schleife. Müsste man eigentlich wiederfinden. Will auch einen. Ne Schleife? Ne Schleife? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auch nach dem Turnier. Ja, ja, ja. Zum Auspacken. Ja, oh, oh, oh. Ja. In unserem nächsten Finale. Ach, Mist. Himmelhergott sagt gerade fix nur mal einer. Nein. Damn. Hatt. Aber. Ach, schade. Die Beine können noch so lang sein. Er hat ja auch mega lange Beine, Lilly. Ah, der hat. Hat's dann die Katoche? Fuck. Fuck. Ich glaube, auch was hat er schon. Mega lang. Gelesen. Auf jeden Fall gelesen. Wie ein Juni. Das heizt ja wunderschön. Ja, das sieht so aus. Oh, die Verzögerungsattacken sind halt so krass bei ihr. Immer kurz antäuschen. Uff. Oh, oh, oh mein Gott. Lass sie doch aufstehen wenigstens. Nee, weiter. Nice, nice. Okay, jetzt ist noch viel drin. Alles aufgeben. Fuck. Oh. Nee, GG, GG, GG. GG, GG. Ich hab ein bisschen Angst bekommen, Max. Aber alles gut. Nur ein bisschen. Vielen Dank. Nur ein bisschen. Ihr unterschätzt dich, Max. Das war schon. Ihr seid scheiße, ich spiel gegen Max. Ihr wart schöner Kontrast. Ich spiel gegen Max. Du schaffst das. Du schaffst das. Okay. Alles cooler. Dann auch wieder. Matthias ist weiter bei den Gewinnern. Das heißt, Toni gegen Matthias gleich. Aber bevor wir bei den Gewinnern weiterschauen, geht es erstmal weiter bei den Verlierern. Er wollte ballern. Hat er gekriegt. Er wollte ballern. Und dann sehen wir gleich, wer die nächste Begegnung ist. und dann sehen wir gleich, Jetzt kannst du mich rasieren. Easy. Wenn es mit Lilly nicht klappt, wäre ich wieder random. Ist ja klar. Panda, Kula. So. 1,80 Meter? Ja. Das ist wahrscheinlich nicht riesig. Aber mit den Schuhen, oder? Nein, das sind nicht die Absätze. Bestimmt die. Okay. Nein, du hast recht. Du gerade sitzt im Camp nicht. Boah, lecker. Hacken ist das mit den Knöpfen, ne? Ja, genau das. Genau das. Das bringt was. Außer L1. Hast du dich jetzt schon. Wo ist deine Katze? Ich glaube, ich liebe dich. Schon verloren. Kraft im Schiff. Wie dicke Kinder. Die holst du beim Strom ja nicht raus. Die hat er sich um den Spine gebunden. Ekelig. Ekelhaftig. Boah. Diese Cheerleader-Attacken, ey. Nein! Das ist wie bei Ninja Turtles. Wo habt ihr Ninjutsu gelernt? Äh, durch Filme und diesen Ninjutsu-Handbuch. Ich hab so gerne Konkurrenz-Kamera dabei gekriegt. Oh, oh, oh. Wo hat Blue Samurai jetzt? Nein! Oh mein Gott. Auch im Internet. Blue Eyes Samurai. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, was? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, shit. Ich hab nicht gedacht, dass ich den wieder lebe. Verdammt doch mal, ey. Das war aber knifflig. Das ist mies. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Insane. Ich komm back. Das war so knapp. Er wird zum Italiener. Ja. Ah, da wird geblockt. Oh, 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 oh. Oh, baby. Hübs. Nice, mit defensiv. Ach du, ach du je. Ich vergesse mit den letzten. Oh, ja. Gönn dir. Ey, immer diese Furby mit den letzten Kräten. Ja, das ist so gemein, ey. Das wird nichts mehr. Das reicht nicht. Greatest comeback in Sports History. ydel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Damn, damn, damn. Double Rage. Eiiiih. áfico. Krass. Krass. Krass, krass, krass. Klass, krass. Krass, Krass, krass. Übel. Oh oh oh. Er hat keinen Bock mehr. Oh oh oh. Wie? Was ist da los? Oh oh oh. Alles für einen Punkt. 1-0. 1-0. Das war krass, ne? So alles drin. Auf einmal fast die Hälfte des Gegens wieder weg. Wollen wir? Ne, ich mach nochmal. Jetzt bin ich zu alt, um meinen neuen Charakter zu gewinnen. Oder willst du wechseln? Musst du sagen. Ah. RANDOM. 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 Dann mach ich auch RANDOM. Okay. Okay. Nice. Double RANDOM. Bisschen Losers Racket. Okay. Let's do this. 3, 2, 1, go. PANDAKUMA. Oh nee. Oh, Asusena. Oh, Asusena. Ich hab in meinem Leben noch nie. Leo ist stark. Asus was? Asusena. Asus John Cena. John Cena? Asus John Cena. Okay, you can see me. Die ist nicht, sie mag Kaffee. Ich dachte auch, sie wäre der neue Eddy. Aber das ist sogar ihre Map. Ach stimmt, das sind auch die Rivalen hier. Oh mein Gott, ja gönn mir. Der deutsche Archäologe gegen die urbanische Kaffeebäuerin? Sie verteidigt ihre Heimat. Sie will doch gewinnen, damit sie Kaffee verkaufen kann. Was auf das Alphaka auf ihr Schlag? Au! Das ist die Piñata weg. Sie haben das Alphaka weggeschlagen. Das ist schön breit. Sie sollten das Alphaka irgendwie in den Kampf integrieren. Ich nehm's doch mal. Ja. Oh, was? Der Counter. Brudi. Nice. Nice. Brr. Brr. Wow. Was war das denn? Hübsch. Einfach Main. Neuer Main. Es ist weggetackt. Du hast mir was. Kick mir ins Gesicht. Kick mir doch einfach gleich ins Gesicht. Oh. Sieht doch weh. Oh, du Schüch. Gotta love those. Run. Rage. Nein. Und? Rage. Ja. Ich hab zuerst gedrückt. Oh, da ging durch. Das war's. Ah, damn it. Jetzt geht's aufs Ganze. Das ist eins. Ich mach ich fertig. Warum sind da Ufos? Was? Wo? Im Hintergrund. Das sind Vögel, oder? Da sind auch Ufos. Alter, Winsch. Alter, was geht hier? Alter, Winsch. Winsch. Alter, vernichte. Herzlichen Winsch. Okay, okay. Ich danke dir. Ich danke dir. Es war mir eine Ehre. Okay. Ich zünd dein Auto an. Du bist im Finale im Loser-Bracket. Not bad, not bad. Das heißt, du könntest wieder zurückkehren. Oh, oh, oh. Bad from the dead. Bad from the dead. Und jetzt geht's weiter im Loser-Bracket mit... Oh, boy. Legen wir los. Es ist los. Es ist los. Random. 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 Ja, Max? Nur die erste Runde. Erste Runde random. Erste Runde random. Erste Runde random. Ähm. Gebiete die Ehre. 3, 2, 1. Let's go. Leroy Jenkins. Max, du hörst noch nicht. Er hat angetäuscht. Ich glaube, Dragunov. Man kann auch gleichzeitig wählen, glaube ich, anscheinend. Klar. Ich hasse ja Leroy. Einmal Kuma Trandas. Er ist YouTuber, oder? Nee, gut. Äh... Leroy. Leroy ist Black Eid Man. Mal schauen. Oh, was ist der She-Ray. Dragunov ist auch neu, oder was? Nee, Dragunov ist seit fünf dabei. Echt? Ja. Leroy ist neu. Ja, Leroy. Kalt. Der gehört zwar zu sehen, aber. Ah. Alter. Oh, das wird's unschön. Das seh ich schon, ey. Damn. Oh, boy. Leroy rausgehauen. Yeah. Okay. Lelal. Das war ein Counter. What? Falsche. Damn. Das ist Leroy, ey. Kann ich jetzt weg sein? Leroy ist jetzt sieben dabei. Leroy ist sieben dabei? Okay. Gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Aber wahrscheinlich DLC-Charakter, ne? Oh boy. Einfach. You can't touch him. Jesus. Ich fühl's auch nicht. Ja, drei Minuten. Och, echt. Woah. Alter. Ja, sehr gut. Der hittet so hart wie Brian. Das ist ja insane. Übel. Oh, ey. Alter. Kann ich jetzt wechseln? Ja. Wollen wir wechseln? Ich liebe sowas. Mega. Lässig. 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 MoFo. Oh. Oh, ey. Stark. Oh, oh. Jetzt kommt das Comeback. Oh! Nein, 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 nein. Dreck, 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 Dreck. Ohhhh. Oh, go. Ich hab er und Lin. Ja, nimm jetzt deine. Ja, ja, ja. Nimm deine. Natürlich alles, alles, alles für den Chat, aber jetzt, äh, brauche ich noch ein bisschen was für mich. Okay, Comeback. Oh boy. Ciao, you. Äh, wir machen Grolento auf. Kann man jemand hier einen Kampfstil vorlesen? Äh. Agu Zhang. Pigua Zhang basiert auf anderen Dingen. Oh, Ruhe. Du hast mal schön im Palast. Nice. Edelheit. Lee's Palast. Schwitz, 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 schwitz. Die Musik ist gut. Mhm, mhm. Edel. Bringt endlich ein bisschen Ruhe rein, ne? Wir haben eine Fashion durchgespielt. Er kann sogar mit dem Anzug schicken. Da sind sie, die Low Kicks. Oh boy. Äh, 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 äh. Guck dir das an. Die Low Kicks, wie können die so viel abziehen? Das ist so unfassbar. Ja, die Schienbeide sind die empfindlichsten Tatsache von Menschen. Tekken ist einfach sehr realistisch, ja. Tekken ist einfach extrem authentisch. Schon immer gewesen. Die Anatomie genau beachtet. Oh! Das ist schon mal ein Partner gegen Braunbären kämpfen sehen. Nicht in freier Wildbahn. Ich zweite. Die typischen Berliner Zoo-Death-Battles. Genau, ja. Muss man die richtigen Leute fragen. Ja, ja. Throwkick. Oh, 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 oh! Ah! Kämpfer! Kämpfer, ja, ja. Kämpfer, Kämpfer! Oh, damn! Heckmann-Remix. Das war doch grad so schön ruhige Mucke. Alter! Smack that! Also... Smack that! Ja, da war wieder Wishmob City. Aber es wurde unterbunden. Oh, oh, oh! Hey, gibt es ein Comeback? Rage? Rage it up! Nein, 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 nein! Oh, das wird schön. Das wird schön. Fuck, 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 fuck! Das überlebst du. Das überlebst du. Alles cool, Max. Alles cool. Noch ist alles... Oh, mein Gott! Es ist nicht mehr viel drin. Aber es ist noch alles drin. Oh, kommt, kommt, kommt! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Wischer, 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 Wischer! Oh, Mann! Mach den Todensaugen! Der macht da Kiesaubeln! Ich dachte auch so, hä? Stark! Wir... 1-1! Da wurde ich geclashed. Musstest du einen? Okay, letzter Kampf. Last round one! Oh, Gott! Schön. Ich fang erst mal an. Direkt hart einsteigen. Ja. Um hart aufzuhören. Nice. Okay. Schön. Da macht doch fast damage. Wir ziehen beide unglaublich viel ab. Fuck! Ja. Jetzt zieh's. Oh, mein Gott! Ficky, 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 ficky! Keine Gnade! Keine Gnade! Ja! Man! GG! Okay. Jetzt mal Wirt! Wirt hat genug. Ja. Er hat einfach nur gebaitet. Oh, ja. Damn, diese Kicks! Oh, diese... Oh, komm schon! Das war so ein Ries. Das war so richtig unangenehm. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, damn. Seine Heat auch noch. Even playing field. Schön knapp, ey. Beide haben noch ihre Heats. Oh, und schau, Ju, ist sie. Oh, nein, nein. Ich habe sie einzusetzen. Oh mein Gott. Last minute. Was passiert? Den Block da. Nein! 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 Was passiert hier? Ja! Ja! Das Böse ist gebannt. Oh Gott, kein Fußfegen mehr. Nein! Okay. Well done, well done, well done. Das war jetzt eben gerade das Halbchen eines Losers Brackets. Wie hoch sind wir denn jetzt eigentlich angekommen? Schauen wir uns das nochmal an. Okay. Oh nein. Okay, bevor wir dann ins Finale rüber gehen, gibt's ja noch ein Halbfinale der Verlierer. Mhm. Geil, V vs. V. Ja, V vs. V. Get ready. Ihr spielt beide wie? Äh, aber ich hatte halt keine Zeit mehr zu lernen. Irgendwas zu lernen eigentlich. Der einzige, den ich mir heute nochmal angeschaut habe. Wir haben noch Rando? Erste Runde Rando. Okay. Schöne Tradition. Oh Gott. Oh, Nina. Jack. Oh Gott. Die mögen sich auch gar nicht. Ich kann Jack gar nicht. Ich kann Nina gar nicht. Drei. Dann tausch doch. Nina ist schon immer dabei gewesen. Ja. Aber technisch so. Lieber Nina als Jack, ganz ehrlich. Jack ist eine Witznummer geworden. Ist das so schwierig? Nee. Nee. Es war einfach ganz leicht zu spielen eigentlich. Er mag schon Jack, ey. Ja. Er hat dafür einen sexy Hintern, oder? Das stimmt. Ich lieber Mokujin will. Ich mein, ich weiß nur wovon. Ja, wo ist mein Mokujin? Er hat sich gut gehalten. Boi. Einfach komplettes Turnier nur mit Mokujin. Nein! Klatschen ist doch direkt in den Boden. Was ist denn? Äh, mein Ding ist deutlich. Railgun. Das macht schon. Oh mein Gott. Uiuiui. Karussell. Ich hab den Rücken eh nicht gebraucht. Was? Ja, wollt schon sagen. Oh. Oh nein. Ich wollt schon sagen. Wir stolzen ab. Oh. Oh. Ich bin gegen Bahamut Vibes. Map haben wir gerne. Ich frag mich nur, wie Lillis Katze sich da verlaufen hat. Tja. Alter. Und hinterher. Hinterher. Wie kann das denn halten? Wie kann das denn halten? Alter. Oh Mann, oh Mann. So, da gab's. Okay. Ja, ja. Danke. So, Charakter wählen jetzt. Charakter wählen. Ja. Gut. So, jetzt mach mich lang mit Victor. Mal schauen. Ich hab gesehen, wie du Djinns spielst. Das ist unangenehm. Kommt drauf an. Ich glaub, wenn du blockst, hast du gute Chancen. Ich sollte blocken. Ah. Parade ihm nicht deine Taktik. Kann man blocken? What's a block? Moment. Sehr spät. Blocken ist länger schnell. Wollt ihr nicht einfach nur die ganze Zeit ballern? Mach. Hinten ein Dreieck oder so. Ich keine Ahnung. Schon hübsch. Also blocken können sie beide. Auf jeden Fall sehr interessanter Schlattertoch. Ja. Oh, okay. Beide eher lang da unterwegs. Jetzt steht er auf der anderen Seite. Oh, Gott. Fick. Was? Die haben Impact, die Schläge. Oh, nice. Oh. Oh. Jinder. Oh, Gott. Direkt Seitenwechsel wieder. Nein! Oh, boy. Du Schläger. Oh, nein. Ja, dumm. Fick. Gepanischt. Okay. Ästhetische Runde war das. Ja. Gute Aussagen. Schick. Die sah schick aus. Oh, Alter. Oh, what? What is going on? Damn. Fuck. Oh, man. I don't feel so good. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Okay. Nice. GG. Gut gespielt. Nice. Du bist wieder im Finale. Du bist wieder im Finale. Er ist back. Er ist back. Du bist nicht mehr am wanken. Vinsanity, ey. Vinsanity. Nice. Nice. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hatte nicht mehr ein. So einfach ist es. Du verlierst, du kommst zurück. Du gewillst, du bleibst weg. Okay. Das war schön. Okay. Machen wir dann eine kleine Pause und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Mit dem... Wir müssen beim Finale. Ja, Finale. Finale. Oh. 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 Hey. Hey. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du doch nicht völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Aber leider sind nicht alle noch weitergekommen. Sondern wir sind sehr ausgedünnt worden. Wir sind jetzt, glaub ich, beim Finale. Wir können noch mal kurz auf die Tabelle gucken. Ich weiß da selbst grad nicht, wie's grad aussieht. Okay, Winston... Ja. Da ist sogar für den dritten Platz. Ja. Aber gegen wen spielt... Ah, den Verlierer des Finales jetzt. Ja, ja. Das richtige Finale. Toni oder Matthias? Ja, okay, okay. Das heißt... Oh, Toni Matthias. Oh, 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 oh. The stage is yours. Na gut. Ungeschlagen beide bislang. Okay. Das ist das Halbfinale. Das ist das Halbfinale. Das ist das Halbfinale. Also erst Runde random oder haben wir die Runden bezahlt? Dein Ernst? Echt? Dann flitzend. Ja, komm, wir lassen das. Okay, wir machen erst Runde random. Erst Runde random. Nee, wir werden schon regelmäßig. Ja, drei, zwei, drei, drei. Stopp. Warte, stopp. Nein. Stopp. Das ist ja auch das Halbfinale. Haben wir doch schon weniger Runden. Wir brauchen weniger, weil ihr auch Halbfinale spielt. Das Halbfinale spielt jetzt. Ach so, deswegen wieder auch. Ja, ja. Okay, okay. Ja, okay. Das war gut. Jetzt wird alles richtig. Hey und bei euch so, das ist so, da 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 da. Wir sind hier in Deutschland. Da 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 da. Regeln sind Regeln. Regeln sind wichtig. Hast du dafür nur noch einen Schein ausgefüllt? Ja. Ich bearbeite das morgen. Ich hab schon einen Monat. Ich hab schon Fire Up. Ja, ja. The Rules. Okay, random. Drei, zwei, eins. Lee. Oh. Steve. Steve war auch mal besser. Steve. Nee, das ist gut. Das ist cool. Steve ist gut. Lee hab ich in ... Hier ist Kier gemained. Oh, God. There we go. Ja. Tekken 1 und Endlichkeits-Kombo. Keiner nimmt Law, ne? Sehr merkwürdig. Ja, dachte ich auch hier die ganze Zeit. Noch nicht mehr der Zufall möchte Law. Schmehrer. Ja, ja. Vielleicht auch nicht mehr so einfacher. Wohohohohoho. Da gibt's Samsung. Weg würden. Na drüber. Fuck. Oh, fuck. Damn. Depp. Opa. Aua. Oh nee. In der Wand, ich habe jetzt eine von Lee. Ich hab jetzt eine von Lee. Also, Steve. Alter, was ist denn da los? Ganz genau, ey. Hihi. Hihi. auch mal ne Zeit lang. Hä? Come on. Ich bin gerade so, oh. How do you do this? Nice. Nicht so nice. Alter, an der Wand, an der Wand ist einfach vorbei. Steve auch einfach wieder hoch heilt. Bei der ganzen Pressure. Aua. Oh, nice. Schön rausgekommen. Ah, ich hatte gelockt. Damn what readable is hell. Damn. Ja, Alter. Okay. Nochmal random. Wo kommt der Ring her? Den hat Steve mitgebracht. Den hat er in meiner Hosentasche. Also die ganzen Motorräder. Ah, der hat das nicht getan. Okay. Wo parken sie die dann? Wo ist die Katze? Die Katze kommt am Ende wieder. Katze parken. Das kann ich natürlich. Ich denke, das ist der einzige logische. Der einzige logische Art ist hier. Ja. Endlich mal wieder ein richtiges Match. Okay. Aber sag's nicht, mein Vater. Okay. Oh Gott, ey. Matthias. Wenn jetzt Nerven einsetzen, kann schnell passieren. Nicht den Fokus verlieren. Nicht den Fokus verlieren. Nicht den Fokus verlieren? Kann ganz schnell gehen. Wer warst du? Ich dachte, wir kennen uns. Okay. Let's go. Jetzt müssen wir ein bisschen manipulieren. Damn. Was ist das? Side-Step. Ja. Nein. Ach, scheiße. Alter. Übel. Fuck. Oh, okay. Oh, okay. Nice. 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 Das ist gut eingesetzt. Damn. Der trifft. Ja, der trifft. Ja, der trifft. Ja, der trifft. Ja, aber. Ja, guck mal, wie viel er wieder heilt drauf. Lili lebt. Lili lebt. Lili lebt. Lili lebt. Lili kann jetzt auch. Wild Berry. Rose Berry. Oh, damn. Okay, okay. Ja, ja, ja. Timing war so optimal. Ja, ja. Spannend, okay. Okay. Gut, 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 gut. Auf dem Boden zu wischen. Ach so. Dafür hab ich ja auch. Nein. Oh. Na, scheiße. Bleib unten. Ach, shit. Das ist so gut, Alter. Oh, oh. Rekt. 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 Oh, damn. Mega. Damn, 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 damn. Ich hab dich gedrinkt, Matthias. Ich hab's geschafft. Willst du selben Kanaken? Nee, willkommen, ja. Okay. Du musst. 1-0 für Toni. Ach so, ja. 1-1. Ja, stimmt. Der random Fight war auch nur da. Random Fight hat Matthias sich geholt. Okay. Okay, serious. Oh, damn. Mega spannend. Und Panda guckt dir zu. Ich freu jetzt so von hinten an. Wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Wahrscheinlich. Was war das denn? Alter, das sah ja übel aus. What? Oh, 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 oh. Also einfach Heat Smash. Krass. Ja, ja. Oh, snap down. Down, down. Übel, übel. Allen Regeln der Kunst. Matchbar für Matthias. Alter, das kann ich angeben. Alter, das kann ich angeben. Hier ist das in the building. Hier ist auf jeden Fall die Krone für die Pants, Mann. Danke, Mann. Aber dafür ist Gregor noch hergekommen. Er geht gleich nach Hause. Was, was ist passiert? Für die Pants. Er wollte ihm grad die Krone dafür geben. Ach so, ich dachte, das wäre wirklich ohne Ablehnung. Alter, Alter, jetzt lass mich doch mal litten. Gregor hat so viele Pants rausgehauen in seinem Leben. Nein, 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 nein. Ja. Oh, hier kommt das. Oh, 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 damn. Nein. Direkt auf Distanz. Oh, oh, damn. Oh, 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 oh Oh Gott! Nein! Ah, Scheiße! Ich kann nicht hingucken, ey. Es wird so der... Ah, das gibt's noch nicht! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Der Scheiß-Juggle! Nein! 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 Oh Gott! Das gibt's noch! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, das war's! Ja, ja! Alter, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Diese Disrespect-Sielle! Krass! Krass! Hammergut! Okay! Komm, komm, du! Sorry! Ich bin auch fertig! Du bist fertig? Aber ich glaub, ich muss noch mal weitermachen! Wenn ich mir die Tabelle anschaue, sagt sie mir... Oh jetzt krieg er noch damals los! Nein, nein, nein! Jetzt ist es andersrum! Ja, ist es andersrum! Platz drei wenigstens! Das ist Spiel um Platz drei! Okay! Okay, Leute! Passiert schon wieder? Es passiert schon wieder! Was passiert? Ähm, noch ein Spiel! Oh ja! Noch ein Spiel! Noch ein Spiel! Wir haben Platz drei! Erst Runde random? Komm! Ja! 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 Du! Ach man! Ich hab kein bisschen Erholung hier! Ja! 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 Da sind ja heute wieder hier! Aber du wolltest ja nicht zwei Mal gegen Linshau-Yuran! Bist du gesagt! Ich will jetzt mal einen Kuma sehen! Kuma! Kuma gegen Panda, ne? Ja! Oh mein Gott! Deviljin! Deviljin ist eine richtig fiese Sau! Kannst du? Nee, kann ich nicht! Ich hab Fangen in meinem Leben noch nicht angefasst! Das ist gut! Der sieht so nicht sauer aus! Ich glaub, der würde sich auch nicht anfassen lassen. Alter, der ist krass geheim, war zu eng. Alter, erinnere mich an mich. Ich hab's keiner. Aber du hast einen geheimen Rat, ohne Ecken. Ja, ich glaub, bei dem wurde ich so unterbliegt. Ah, okay, den wird er auch noch. Pff, tonight einfach. Alter. Puh, noch nicht mal mit Heatsmash, ey. Boah, ey, gar nix, gar nix. Damn. Pff, gar nix. Ha, jetzt kommt, Vogelmann, mach was. Zick. Ihr habt am Fantasy-16-Set doch die ganze Zeit Tekken gespielt. Ja, locker. Am Synchro-Set. Geil wär's, ja, aber ... Ja, mach du erst, der Vogelmann. Nein, nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Oh, was kommt jetzt? Oh, ich bin K.O. Was ist K.O., was? Krass, krass. Schlag dich nicht selbst. Boah, jetzt will er es wissen. Vielleicht auch nicht. Nein, lass mich holen. Aua, aua, der Laser tut weh, Mama. Das ist echt böse. Nein! Oh mein Gott. Der ist Schlag überreicht einfach. Ach du ... Nein! Nein heißt nein. Oh Gott. Sag mal. Nein, nein. Ja, klar war klar, dass ich ihn kriege. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Well done. Ach Gott, so hat's gerade auch angefangen. Krass. Nice. Stark, nice, nice. Well done. Well done. Bleib einfach mit Devil Jin jetzt. Nie mehr zu Lilly wechseln. Nein. Okay. Das ist jetzt auch Quatsch, ne? Nein. Das ist jetzt Quatsch. Das mach ich jetzt. Das ist jetzt auch selber. Also letzte Runde vom Finale Bärenmatch, oder? Ja. Ja. Definitiv. Wenn es eine Entscheidungsrunde gibt. Bärenmatch finde ich auch schön. Bärenmatch. Obwohl ihr habt ja im Finale Best of Five, da könnt ihr eine Runde Bärenfight machen. Richtig. Glotz mich schön auf meine Moops. Ja. Ah, Katze. Alles klar. Sweet. Alles klar. Tee, irgendwas. Keine Ahnung, was sie sagt. Ah, dieser Dodge ist so schön, ey. Genau. 50% ist gut. Warum ich Lilly mähne? Dieser Moosh. Du hässliche. Nein. Oh, schade. Das passt. Stark. Nein. Ja. Stark. Oh. 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 viewing her. Oh, was hat das bei mir zusammen an seiner Hose? Ja, die waren aus Teil 3, oder? Ja. Der hatte doch auch diese Flammen gehabt. Zwei waren die Flammen, ja. Ja, so richtig Ende 90er Jahre. Oh yeah, ich habe eine Flammen an meiner Hose. So eine Hose, die bei Instagram angeboten wird. Mega! Oh, die hat sein Hoodie ausgegeben und so krörend. So mit der Kaputze unterhalten. Ach, das. Ah. Das ist ja funny aus. Ah, gar nix, gar nix. Ich wusste es, ich wusste es. Jetzt komm zum Finale. Komm, trinken wir es hinter uns. Komm, 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 du musst zurück. Ich weiß ganz genau, was du ihn sagst. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Oder doch. Aller laut. Alter. So viel dazu. Alter. Was kann man da machen? Was soll man da machen? Winsen meinte, man muss nur blocken. Ja, stimmt. Meine Technik war mit der Hand ... Was? Halt's ab, ey. Okay. Der Sidestamp nicht mehr funktioniert. Keine Chance. Keine Chance. Ja, ja, glaub's an mich. Ist okay, ich versteh das schon. Geil gemacht. Okay. Es ist Matthias. Matthias. Danke, danke, danke. Danke. Lass dich mit, lass dich mit. Ich hole gleich meine Katze. Nicht beißen. Nicht beißen. Jetzt gibt es das Finale. Und wen haben wir denn? Schauen wir doch mal auf die Tabelle. Wer könnte es nur sein? Wer könnte es nur sein? Toni gegen Vincent. Aber wir müssen jetzt einfach vorweg sagen, Toni hat ja bisher noch nicht verloren. Ja. Also Toni hat einen Vorteil. Ja? Ja. Wie wollen wir den machen, den Vorteil? Du musst zweimal gewinnen. Ich muss in einem Bärenkostüm kämpfen. Wenn Toni verliert, einmal verlieren hat er gut. Einmal verlieren hat er gut. Oh, okay. Genau. Oh. Also jetzt ein Match ist zwar best of five, aber du darfst von den ... Also wir spielen dreimal, maximal dreimal best of five. Mhm. Und einen davon darfst du komplett verlieren, so, oder? Genau. Ja. Oh. Mhm. Weil du gewonnen hast. Komplett durch. Außer euch beiden versteht das keiner. Nee, ich blick noch. Naja, Vincent hat schon einmal verloren. Mhm. Und hat sich jetzt wieder hochgekämpft. Toni hat es jetzt noch nie verloren, deswegen hat Toni einmal verlieren gut. Aus dem Loser-Bracket. Genau. Okay. Okay. Wenn Toni jetzt gewinnt, hat er gewonnen. Genau. Wenn er jetzt verliert, geht's noch mal. Geht's noch mal weiter. Okay, gut. Alles klar. So ist es geschrieben. Sehr gut. Dann schauen wir jetzt noch mal. Also, Vincent muss vier Matches gewinnen, also, oder? Geil. Und die best of five. Und die best of five. Best of five, genau. Und erste Runde? Ganz einfach. Uma, Panda. Okay, let's go. Uma, Panda, let's go. Wie auch immer. Ihr zählt mit. Ihr zählt mit. Bodyguard von Xiaoyu. Also, von daher passt gut. Ja. Und der andere ist der Bodyguard von Haihachi. Let's go. Richtig. Ja, hat er ja gut geklappt. Oh. 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 Alter, Ledersklave. Was ist das denn für ein Benutzer? Geil. Ich finde das sehr gut. Yes. Nice. Sehr schön. Ich weiß nicht, wer mir besser gefällt. Ah ne, haben wir schon besser gefällt. Wenn jetzt jemand einschaltet. Was sollen wir denn erklären? Wir müssen wieder zurück. Ja, stimmt. Wir müssen hochstellen. Antiklimaktiv. Aber, ja. Denk dran, Vince. Wenn du jetzt verlierst, ne? Und hat Toni gewonnen. Ja, sehr gut. Okay. Kein Druck. Aber egal. Egal. Es ist Vince und Toni. Vince und Toni. Let's go. Das war das Ziel. Das war alles, was ich wollte. Okay. Versus. Versus. Okay. Äh. Wie eine Panda. Äh. Was hast du gew- hast du den? Ja, okay. Äh. Kreis. Geht jetzt zurück. Die Menümusik ist so schrecklich. Aber ich finde sie irgendwie auch geil. Ja. Das geht schon ins Vorlage. Ja. Das geht leider rein. Ich bin dummer Archer. Schön ist sie nicht, aber... Okay. Ja, ja. Mit dem selben Style, ne? Ist das Bad Bear? Die kämpfen wirklich komplett gleich? Ich glaub, die kämpfen alle gleich. Ich glaub aber, dass ihre Super-Rage ist anders aus. Ja, die ist anders. Das kann durchaus sein. So, jetzt gestehe mir deine Liebe. Let's go. Ja. Der hat den Fisch dabei. Oho. Der hat sogar das Mishima Sevatsunu getraut. Oho. 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 Der ganze Bildschirm ist ausgefüllt. Oh damn. Der ist einfach riesig. Sind sie knuffig? No. Don't. Don't. Don't do it. Tut bestimmt gar nicht weh. Alter. Genau. Das ist eigentlich eher so weich, ne? Ja, eigentlich. Du kriegst ihn. Kattelionex. Der Chirub prangst mich da. Arschbombe. Das ist ein bisschen schwein. Das ist ein bisschen schwein. Das ist ein bisschen schwein. Hifo ein Schwanesloch. Fett, hinten. Händersloch. Händersloch. Händers müssen Schwänze haben. Ja. Stummelschwanes da haben. Haben sie. Händers auch? Könnt euch auch gehalten. Ich bin einfach komplett zerstört. Kuba kämpft mit einem Mix. Ich kämpft auch mit dem Lachs, ne? Omega 3 haut dich zu 3. Weiß auch nicht, wo der herkommt. Wo kommt der her? Irgendein deutscher Rapper. Keine Ahnung. Okay, okay, okay. Du wolltest mich doch reißen. Du hast mich die Nice. Wow. Das war das eine Match, was verloren werden kann. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist kein random. Alter. Das Pärchen. Er könnte das ganze Match verlieren. Oder? Tony könnte ein komplettes Match verlieren. Ja. Nicht diese Runde. Das komplette Match. Das ist aber... Weil du ja nicht verloren hast. Diese Regel müssen Verlierer aufgestellt haben. Die aus dem Loser's Bracket, ja. 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 Das ist klar. Oh Gott, ey. Cringe. Nein, du hässliche. Was? Uff. Ach, scheiße. Ah, das tut weh. Uff. 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 Der hat mich verdient. Ja, auf den. Den auch. Uff. 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 Ja mord! Ja mord! Komm mal... okay! Damn! Das ist echt so 9! Alter... oh Alter! Das ist echt echt toll! wenn es bei jim erst mal läuft kommt es nicht raus das gleiche gelaufen show you ja was alisa ja moin das hat trotzdem das ist das große große finale du hast kein leben mehr es geht los ok jetzt kannst du mir jetzt die drei 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 mal das ist noch hat mir besser 5 das ist ein bisschen richtig es wird schon richtig sein Was geht da? Nein! Der Kick soll schnell sein! Läger! Läger! Perfekt! Ich wusste es! Zweite Perfekt heute, oder? Krass, ja. Wenn es bei ihm sitzt, dann... ...load er sich durch. Ja, und wenn er kriegt, ne? Bad! Schau Yu ist halt nicht so gut in der Defense, aber... Wenn das passiert... Was willst du machen? Puh! Alter! Damn! Alter, wie du flipplich ausrastest. Ich glaube es nicht. Ich kann eigentlich nicht zum Lachen gehen. Alles drin? Nee, nee, nee. Was? Nicht dein Ernst! Krass, okay. Heftig. Ich hätte gedacht, den kriege ich locker, aber übel. Nach einem Perfekt direkt die nächste Runde komplett andersrum. Alles drin. Da kommt der Fußfeger. Ey, Digga! Da kommt der zweite Perfekt! Alter, Toni! Was? Alter, Toni! Matchball! Was sind das für Matches? Alles oder nichts, ne? Ja, voll drauf. Agro ist gerade Meter, glaube ich. Ja. Ja. Was? Wow! Nice! Ihr habt getanzt! Alter, der Trink... Alter, mach das spannend, ey! Alter, Wind! Nein! Nein! Ich hab... Mama! Damn! Okay, jetzt go. Heat ist noch da. Mhm. Fly! Ja, ne, eine Area und ich bin dann. Oh! Oh! Not today! Let's go! Okay, okay, okay! Okay, okay, okay! Egal was passiert, ich werde dich nicht katschen! Warte, wenn Vincent gewinnt! Danke! Wenn Toni gewinnt... 1-0 ist... Nein, ist die erste Runde. Ist die erste Runde? Äh, ist die erste Runde. Das kommt uns nur so vor, weil die jetzt mehr, ähm, Rounds spielen. Nein, ne, wir hatten ja auch schon das erste Match. Wir hatten doch den Panda-Kampf gehabt. Das war doch im letzten Match. Ja, das war die... Ach, ja. Okay. Das Match hat Vincent gewonnen. Und das ist jetzt das zweite Match. Das ist jetzt die erste Runde vom Finale. Und da steht gleich 1-0. Alter, und da kommt da. Stimmt, ja. Oh, der stimmt rüber. Außer wenn du... 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 Nein! Oh! 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 Oh nein! Sick! Jetzt hat Vincent 1-0. 1-0. Das heißt, wenn Vincent jetzt nochmal das nächste Best of Five gewinnt... Ganz genau. Dann hat er das Turnier gewonnen. Und wenn nicht, dann kommen wir zum zweiten Best of Five. Dritten Best of Five. Dritten Best of Five. Ganz genau. Oh! Okay, ich sehe schon. Ah, okay. Doch nicht. Kurz zum Perfekt angesetzt. Ja. Kurz zum Perfekt. Uff! Alter, übel. Alter. Was? Oh Gott! Er fällt gerade noch runter! Oh, ich verdiene den. Oh, oh! 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 Ah! Oh! Oh! ihr macht es auch spannend einfach ins nichts gegriffen was hässliche der war auch wirklich nach dem textbuch gekontert das ist so krass wie er da immer wieder durchkommt okay wir müssen jetzt gewinnt es ist vorbei jetzt kommen wir dich jetzt kommt jetzt kommt der druck der schaden okay tony ich darf das nicht machen kann tony ausgleichen und fight let's go zum thema djinn is overpower synchron sprecher sind einfach bildet und das gibt es nicht nein 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 alles ist möglich alles ist möglich Nein, komm mit! Oh nein, das kann er nicht angehen. Nein! Nein, nein, nein! Ohhhh! Wilson! Ich bin nur mit dem Tottenfall live, würde ich sagen. Das ist so geil, ich bin einfach übel. Zero to Zero! Aus dem Loserbracket her gewonnen. Heftig. Oh mein Gott. Toni, sehr gut gespielt. Oh mein Gott. Komm mal, das ist meine Fanfare. Ah, da, 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 da. Jetzt ein paar Daps bitte. Ohhhh! Ohhhh! Yes! Von Partie, Freundschaft! Die Power der Freundschaft. Ja, Mann. Mega nice. Alter. Das war sehr, sehr spannend. Also jede Begegnung war halt nicht einfach offensichtlich, sondern ich glaub, da waren sehr viele knappe Matches mit bei. Du hast einfach, wie viele Perfects haben wir heut gehabt? Vier? Drei? Drei von Tony? Drei und Vince hat aber auch eins gehabt, glaub ich, oder? Ja. Ja, eins. Ich glaub, in einem random Match. Ich bin froh, dass ihr auch einmal noch eine Panda-Kuma-Battle gemacht habt. Ja. Das musste halt einfach mal sein. Ja. Ansonsten, ey, ich bin auch gut durch. Krass. Nervenaufreifend. Das ist wie Sport. Find. Das ist wie Sport. Ja, ich schwitz wie Sport. Das ist wie Sport. Das ist wie Sport. Also, danke schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei der Regie, an den Leuten, die es hier vorbereitet haben, die dabei waren. Da ist mir schön, da ist noch mal die Vincent, da ist noch mal Vincent auf dem ersten Platz. Jaaaaaaaaaaaahhhh. The Uncrown God of Tekken. Es hat mir Spaß gemacht. Weil ich fand es, es war ausgeglichen. Es war jetzt nicht einfach jemand, der OP dabei war. Ich glaube, wenn wir jetzt sie oder den Danzen hätten, würde es ein bisschen anders aussehen. Aber so fand ich es auch recht ausgeglichen. Es fühlte sich halt einfach so, einige Freunde setzen sich einfach so nach Feierabend oder nach der Schule oder nach der Uni oder so hin. Nein, das war die Speerspitze des Tekken Gaming hier. Wer will dagegen sprechen jetzt hier? Wir sind unter uns. Genau, wenn du denkst, du warst besser, dann komm am nächsten Mal her. Gute Besserung an dieser Stelle. Und wir fordern nicht alle heraus, bzw. Vincent fordert dich heraus. Schick ihn los. Und Dankeschön nochmal an alle, die hier eingeschaltet haben. Dankeschön Regie, Leute, die es vorbereitet haben. Mit Vitus. Und guckt doch mal in den Rocket Beans Supporters Club vorbei. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns, wer euer Main ist. Und seit wann ihr Tekken ungefähr gespielt habt. Yes. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Dankeschön alle, die hier waren. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, gerne. Tschüss. Bye, bye. Ciao.